Jetzt habe ich einen klebrigen Pinsel. Okay, jetzt ist der Ass klebrig. Da muss kein geklebrig. Super, mein Spinnensinn jubelt gerade. Wow, der Schnürsenkel ist gerissen. Das war's dann wohl mit meinem schönen Wurfanker. Ich habe ein Pusteblumenschirmchen. Hallo, Jerry. Na, wohin soll es gehen? Ich habe vor ein paar Nächten von einem seltsamen Baum geträumt. Er stand auf einer nebligen Lichtung. Da war auch eine Krähe. Aber sie war ganz nett und wir haben uns gut unterhalten. Was für ein seltsamer Traum. Auf geht's! Halt dich fest, Jerry. Bis später! Jetzt nicht! Bis später! Oh, hallo du! So spät noch unterwegs, solltest du nicht schon lange im Bett sein? Ich sammle meine Geschichten am liebsten bei Nacht. Diese hier habe ich gerade erst aufgeschrieben. Ich glaube, es ist die letzte Geschichte meines Mauswaldbandes. Mauswaldbandes, möchtest du sie hören? Gefällt dir meine Geschichte zwischen den Wettensplit verloren? Vielleicht gibt es auch etwas, das du vergessen hast. Vielleicht kann ich etwas für dich wiederfinden. Du hast alle Tautropfen gefunden. Es formt sich ein Bild. Die Stähle gibt ihr geheimnispreis. Das ist ein Junge, so alt wie ich. Und der Lehrer? Es gab jemanden vor dir. Vor mir? Hm. Was? Wer ist das? Er ist der Verbannte, der letzte Schüler des Marquise Rotom. Was? Hallo? Dein Lehrer darf nicht davon erfahren. Auch nicht. Aber was bedeutet das denn jetzt? Hallo? Herr alter Magier? Keine Antwort. Wieso wurde denn das Bild eines Schülers des Marquise aus dem Raum verbannt? Und wieso der Letzte? Ich bin doch der Letzte. Zumindest im Moment. Wohin soll es gehen? Wohin soll es gehen? Auf geht's! Halt dich fest, Jerry. Bis später. Dann mal raus mit dem verdörrten Ding und rein mit dem neuen Samen. Wachse und gedeihe. Es geschieht nichts. Ist das nicht ein besonderer Blumentopf? Er ist besonders rein, doch kein Zaubertopf. Wird der Samen denn jetzt trotzdem rechtzeitig sprießen? Wenn du uns helfen willst, mach diesen Ort schon wärmer, doch nicht warm genug, um diesen Keim rechtzeitig zu wecken. Wenn ich ein Löwenzahn. Wenn ich ein Löwenzahn-Schirmchen wäre, würde ich ja auch keine Wurzeln schlagen wollen. Es funktioniert! Sie wächst. Es funktioniert? Hurra? Party? Du hast es wirklich geschafft. Du hast den verdorrten Boden dazu gebracht, die Früchte zu tragen, die unser Überleben sichern. Jeremias, du bist wahrhaftig der Zauberfalter, den wir gesehen haben. Na, eigentlich bin ich... Egal, wie merkwürdig du aussiehst. Was? Äh, danke, aber... Du suchst das Portal. Und du hast es gefunden. Einst kamen wir durch jenen Spalt in diese Welt. Die Welt, die du dort finden wirst, die wir hinter uns gelassen haben, ist kalt geworden. Furchtbar kalt. Aber ich habe keine Jacke dabei. Die Kraft unserer ungeschlupften, hohe Priesterin wird dich schützen, so wie sie uns auf unseren Weisen schützt. Es scheint uns bestimmt, Leiter zu ziehen, genauso wie auch dir. Baumlufer. Was? Was ist denn das da? Das ist der graue Berg, wo die Kräme hausen und nach Nahrungssohn... Das sieht aus wie eine Müllhalde. Flügelose Wesen haben ihn herungetragen und dem Berg folgten die Kräme und die Flucht. Wesen? Moment! Dann haben Menschen, dass wir alle sehen. Oh! Das riecht man ja bis hierher. Der schwere Dienst steigt ins Gefieder. Die Kleine. Ihre Schneiden hacken tief. Und tief in den Augen. Ihre Worte werden laut. Und leerer. Du meinst, die Krähen greifen Mauswald an, weil dieser Müllberg sie verrückt macht? Glaubst du, die Krähen verschwinden würden, wenn der Müllberg nicht wäre? Und die Überschwemmung? Selbst alle dürfen dieses Waldes bemühen. Es wird einen Berg zu versetzen. Und auch du nicht. Ich frage mich, wie lange, wer ganze Berge versetzen kann. Kannst du jemanden uns machen? Kannst du jemanden uns sehen? Ich hoffe fast, sie können es nicht. Warum denn? Weil ich mir kein größerer Gefühl vorstellen kann. Als jemanden, der um all dies weiß und nichts tut.